Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode Reaction auf Fortnite und der Titel von dem Video, was ich mir jetzt anschauen werde, hat mich so hart angesprochen, ich will einfach wissen, was damit gemeint ist und zwar, ihr seht es vielleicht hier schon, das Video heißt Winning a Fortnite Game in under 10 Seconds und ich will wissen, wie soll das gehen, also ich meine, wenn ich mir überlege, alleine aus dem Bus rauszuspringen, dauert ja schon mehr als 10 Sekunden, Leute, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das gemeint ist, Leute, aber wir werden es zusammen rausfinden. Ähm, nochmal vielen Dank übrigens, dass die Fortnite Reaction Serie so super bei euch ankommt, ich werde auf jeden Fall jetzt ein- bis zweimal die Woche eine Episode hochladen, das ist für mich cool, ich sehe die Clips zum ersten Mal, viele von euch sehen die Clips zum ersten Mal, schaut doch nochmal, gehen raus an den Kanal, auf dem ich mir das Video jetzt anschaue und zwar BCC Trolling, Leute, man kennt ihn und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt ein paar Fortnite Funny Moments an und was hat es mit dem Titel auf sich, das frage ich mich jetzt, okay, let's go. Okay, da wurde wahrscheinlich wieder jemand hardcore getrappt oder wie da, ey Leute, ohne Scheiß, ich finde es so krass, was die teilweise mit den Gegnern machen, die vergewaltigen die, ohne Scheiß, einmal, habe ich gesehen, wo der eine mit der Spitzhacke totgeschlagen wird, ich schwöre, der musste in echt in Therapie, der musste, das war zu krass, wie der Typ einfach genötigt wurde, obwohl er nur Videospiele spielen wollte, wahrscheinlich ist er so 8 Jahre alt und muss dann seinem Therapeuten erzählen, dass er mit der Spitzhacke totgeschlagen wurde. Aber nein, wieder dieser Move und jetzt, ach, ist das, ach, und diesen Dance auch noch, Alter, mein Gott, ey. Ach ja, im Übrigen noch was, letztes Mal haben welche geschrieben, wie Fake seine Reactions sind und Leute, warum sollte ich, man, warum sollte ich mich hier hinsetzen, um 14.26 Uhr, warum sollte ich mich hier hinsetzen und eine Fake-Reaction aufnehmen, man, wie, was für Leute schreiben sowas, man? Eieieiei, ist alles Fake, wahrscheinlich, oder? Nur weil mein großer YouTuber ist das automatisch alles Fake. Darf ich mich ein bisschen über so ein Video freuen, oder ist es dann direkt Fake, Amaner Fake Farag, man? So, haben wir das auch erledigt, die Reactions sind alle real, man, ich freue mich, einfach, so ein Video aufzunehmen, Alter, Amaner Koi-Fisch. So, okay, los geht's. Oh, der Taprizi, aha! Oh, mei! What? What the fuck, wie gruselig ist dieser Typ? Ey, ich hätt so Angst, ne? Er hätt auch so Angst! Er hat so Angst! Er denkt, jetzt ist ein Dämon am Start. Hä? Es ist schon irgendwie absolut abgefuckt. Ihr wisst ja, Leute, in diesen Folgen gibt's immer einen Kaffee. Okay, das war wirklich abgefuckt, was da gerade passiert ist, Leute. Okay, das ganze Squad sieht ihn nicht. Das war weird, die haben ihn einfach alle nicht gesehen. Okay, es sind noch zwei am Leben. Er und ein anderer. Und die Base wackelt. Also er muss jetzt schon den Display seines... Das krasse ist ja, hätte er den nicht getroffen, wäre er sofort am Fallschaden gestorben und das wär's gewesen, Alter. Heftig. Der baut wieder wie ein Weltmeister, Leute. Der baut so krass. Was? Wie geht das? Wie kann man so schnell bauen? Oh mein Gott, guck mal, wie angeschränkt er auch ist. Er fühlt es gerade richtig. Was für ein... Was baut der... Alter, ist das krank. Ist das heftig. Ja, Leute, im Übrigen, wo ich das gerade sehe, den Solo-Win hier. Lasst mal bitte gerne ein Like da, wenn ich morgen mein bestes Gameplay bisher hochladen soll. Ich hatte nämlich ein relativ nice Gameplay jetzt selbst erspielt vor ein paar Tagen. Und wenn ich das hochladen soll, lass doch einfach mal ein Like da. Alter. GG, Bro. Das Show was nice. What the fuck? Es sind nur zwei Leute auf der Map und es fängt gerade an, das Spiel. Jetzt verstehe ich den. Als ob... Er ist anscheinend in irgendeinen Server gejoint, wo nur zwei drauf bei irgendeinem Bug oder so. Und der eine Typ stirbt sofort. Und er gewinnt die Runde nach 10 Sekunden. Hey, what the fuck. Okay, dann müssen wir jetzt den Titel, aber weiter dranbleiben, Leute. Ich will selber wissen, was jetzt noch weiterhin passiert. Die Musik ist immer so chillig, Alter. Okay, erst mal eine Granate. Als ob der jetzt... Das wäre ich gewesen. Ich war der Typ, der die Treppe hochgelaufen ist. Hundertprozentig, das war ich. Alter, was für ein Time-Pech hat der andere Typ gehabt. Man, unlucky sagt man da ja so schön, ne? Okay. Double Piñata. Okay, er hat... Nein, er hat zwei Piñatas gebaut. Ich kann nicht. Er baut das einfach. Wie kann man so viel Zeit haben in einer Runde? Ach so, er ist im Sturm geblieben, deswegen. Hey. Don't kill him, don't kill him. What the fuck? Ach, da hat er jetzt auch so eine Piñata gefunden hier. Oh my God. Er applaudiert dem. Ist mir nicht irgendwie süß gerade. Hoffentlich wird er jetzt absolut gesnipet. Ja, er tanzt auch. Aber er hat ihn danach wahrscheinlich absolut tot gesnipet. Okay. Okay, easy loot. Kiste ist da. Wird ausgepackt und da ist ein Gegner. Das ist so typisch ich. Ich schwör euch, das bin ich. Das bin so ich. Ja. Ich bin auch der Typ, der die Kiste aufmacht. Die AR liegt da. Ich drück Viereck. Ich heb sie nicht auf. Der andere hegt sie. Ich bin tot. Jetzt geht's los. What the fuck? Alter, er macht so Frog Splash, man. Okay, hier baut sich jemand eine schöne kleine Falle rein. Falls einer von hinten kommt. Und jetzt wird die Falle wahrscheinlich gleich auslösen. Oh mein Gott. Der Hitmaker war so fett. Oh. Jump Pit. Nein, oder? Nein. Oh Gott. Nein. Hat er nicht getroffen. Hat er nicht getroffen, Leute. Er wurde schon absolut beim Landen auf dem siebenneunzigsten Platz. Er ist so hart siebenneunzigster geworden, Mann. Okay, Jump Pit Action. Es leben noch ein anderer. Also er und ein anderer. Gucken wir doch mal. Da unten ist er. Nein, jetzt habe ich jetzt schon. Nein. Oh mein Gott. Also mehr Glück kannst du auch nicht haben. Sorry, mehr Glück kannst du nicht haben. Er ist im Tod so von der Schippe gesprungen. Ja, die Fallen werden dann wieder platziert. Jetzt wird eine Tür reingebaut. Oder ein Fenster. Was machst du? Okay, es wird zerschossen. Er überlebt es. Oh mein Gott. No way. Thank you so much. Oh mein Gott. Okay. Gerade gelandet. Pistole ist da. Er hört, dass da viel Action sein muss. Nein. Nein. Oh mein Gott. Alter, das waren so nice 5 Kills. Oh mein Gott. Er fühlt sich locker gerade so krass. Ich weiß genau, wie er gerade so da saß. Und so geschrien hat es in seiner Party. Okay. Er nimmt die Treppe von seinem Gegner schon mal. Das ist immer das gute Zeichen. Schön sneaky. Ah, schießt hier die Wand kaputt. Okay. Okay, er geht mit der Shotgun. Full Risk. Oh Gott, er macht es. Nein. Nein. Oh mein Gott. Das war so ein heftiger Move. Das ist nie was. Ja, ich hab's gesehen. Kiste wird aufgemacht. Den Trank hat er. Den Granatenwerfer. Und jetzt wird's. Ich weiß schon, jetzt kommt es so krank. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt ein Kill, oder? What the hell? Komm. Nein, oh was? Wieso ging das nicht? Der Deutsche. Nein, oh was? LOL, ich hab euch niedergestreckt. LOL. Falls du es gerade gesehen hast. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, Mann? Ja, ich wusste nicht, dass das so hoch ist. Okay, wir haben wieder ein paar Deutsche. Aber Alter, ich muss das Eingang, das kaputt steht. Ich glaub, die sehen dich nicht mehr. Du musst nur schnell, du musst schnell. Okay. F5 drücken. Mach mal, mach mal. Was machst du denn, Ricardo? Geil, Mann. Ah, geil, ey. Ich liebe sowas. Oha, er hat einen Anzug an und so. What the hell is that? What is going wrong with you? This is why we all find our backup. Yes, I'm alive. What the fuck is with him los, Alter? What is going on? What? Schon irgendwie ein bisschen eklig so, keine Ahnung. Oh my God. Have you seen that? What? Ach, so hat er jetzt was gebaut, das da... Oh my God. Oh my God. Haha. Ja, das ist... Alter, diese Fallen-Kills feier ich irgendwie mit am meisten, ne? Ich weiß nicht. Langsam verstehe ich die Spawn auch so ein bisschen mehr. Als ob er jetzt genau das runter schießt, wo der Typ steht. Okay, hat er jetzt ein Loch reingeschossen? Er muss es jetzt verschießen, er ist uns am Arsch. Scheiße zu... What? Das escalated quickly, Alter. Oh God, er ist so weak. Kann er es schaffen? Als ob die jetzt zusammen tanzen. Haha. Ey. Hahaha. Als... Ey. Nein. Der andere wollte so voll mitmachen. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Was für ein Disrespect. Gönnt euch das nochmal. Er ist eigentlich am Arsch. Er weiß jetzt auch. Er ist weak. Ich dachte jetzt wahrscheinlich, er tanzt jetzt ein bisschen. Und gibt ihm so den 230er in your face. Oh. What the hell? Ist das eine feindliche Falle? What the hell? Er ist so der riskanteste Mensch, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Oh, die Falle hat einfach einen Bug. Ja, alles klar, Digga. Mh. Wait, don't, don't, don't do anything. Yeah. Let him pass. Let him pass. What? Oh, der Gasch, der Gasch. Oh, wait. Don't move. Don't move. Die bauen einfach eine Base. Don't move. Don't move. Don't even turn around. Don't even turn around. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You're gonna be in der Base, this whole shot. Naja, gut Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like dafür da, würde ich mich drüber freuen. Nochmal Props gehen hier raus an den Channel BCC Trolling. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute. Lasst gerne einen Like, da würde ich mich drüber freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.